Moin Leute, willkommen zu diesem Info-Video. In diesem Video möchte ich, wie auch schon im Titel steht, erzählen, wie es mit meinem Kanal jetzt so weitergeht, was ich so für Spiele spielen werde. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall, wie auch schon der erste Part draußen ist, Mark vs. Boss machen. Das heißt sozusagen, ich spiele halt gerade Borderlands 2 und immer wenn ich in den Bosskampf gegen den Boss gerate, dann nehme ich das halt auf den kompletten Kampf, bis ich ihn besiegt habe. Und ja, das wird übertrieben unregelmäßig kommen, weil ich ja mal ein bisschen mehr Borderlands spiele, denn mal zwei Wochen keinen Borderlands. Also es kann sozusagen sein, dass halt vielleicht mal drei Folgen hintereinander kommen, also alle drei Tage in Folge immer eine Folge pro Tag und dann wieder irgendwie ein Monat lang keine Folge sozusagen. Und vielleicht hört es auch einfach ein ganzes auf, weil ich keine Lust mehr, ob das Spiel weiterzuspielen. Ich weiß es nicht, aber so ungefähr wird das ablaufen. Und ja, dann als nächstes werde ich jetzt wieder auch ab und dann mal das ein oder andere Minecraft-Video bringen, weil ich finde, ich habe jetzt glaube ich schon fast zwei Monate ohne ein Minecraft-Video ausgehalten. Und das ist schon ziemlich stark. Und ja, ich denke mal, es wird vielleicht so eins pro Woche geben. Dann, auch ab und zu Counter-Strike werde ich auch so ein, zwei Videos pro Woche von machen, denke ich. Am Wochenende, also am Sonntag, versuche ich immer, so einmal jetzt die Woche Happy Wheels hochzuladen, weil mir das auch mega viel Spaß macht, solange es keine Scheiß-Level sind wie das von Klaas. Ja, und dann, was ich eigentlich so dreimal die Woche bringen möchte, ist Suu-Tycoon 2. Jetzt kommen, jetzt werden sich so alle denken, boah, Marc, du hast jetzt gerade Age of Mistralogy fertig. Wir dachten, jetzt gibt es keine übertriebenen Scheiß-Spiele mehr bei dir. Tja, in your face. Ich meine, Suu-Tycoon 2, ja, das ist wie der Name schon sagt, ein Zoospiel. Und man bäut sich halt seiner eigenen Zoo auf. Ich werde mit unbegrenzt viel Geld spielen, glaube ich, weil ich das sonst viel zu lange hinziehen würde, mit Einnahmen von Besuchern und so ein Kram. Ich möchte halt einfach einen einigermaßen schönen Park auf die Beine stellen. Und das dauert halt 10 Millionen Mal so lange, wenn ich das mit Einnahmen von Besuchern und so einen Scheiß machen würde. Ja, das wird etwas auf das kommen. Und ja, das war eigentlich das, was ich auf MarcSapai, meinen Hauptkanal, machen werde. Und ja, dann würde ich euch fragen, was ihr vielleicht für Ideen habt, was ich auf MarcSapai HD hochladen könnte. Denn da war es jetzt im Moment nicht viel. Eine Idee von mir wäre zum Beispiel Finisher von Resslern, die ich sozusagen mit Minecraft zu uns animiert habe. Oder wie auch immer. Ja, und dann kommt natürlich auch noch auf MarcSapai die Pay-Per-Views von der WWE. Dead is klar, LG Wilhelm. Ja, das war eigentlich alles, was ich so talken wollte. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt für... Vorschläge, ey, genau. Vorschläge für irgendwelche Games habt, schreibt das mal in die Kommentare und bedenkt, mein PC ist übertrieben scheiße. Ach ja, jetzt auch einmal ein Grund, warum ich suche Teikun spiele. Ich liebe diese Spiele einfach, weil ich das sozusagen früher auch schon immer gerne gespielt habe. Und sozusagen, damit eher eine Verbindung habe als mit Iron wie Minecraft oder Counter-Strike. Ich liebe das und Age of mythology und Age of Empires über alles. Aber ja, das war es jetzt wirklich mit diesem Infovideo. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag oder Nacht. Wie immer noch immer, dass ihr gesehen wird. Und tschüss.